unser gehirn ist ein wesentliches merkmal das uns von allen anderen tieren unterscheidet es ist extrem leistungsfähig so können wir zum beispiel mehrere dinge gleichzeitig tun uns an gesehenes erinnern neue dinge merken und erlerntes abrufen tobias bonhoeffer ist direktor am max-plank-institut für biologische intelligenz und beschäftigt sich mit den funktionen unseres gehirns ich bin schon sehr gespannt auf den aha moment eines hirnforschers tobias schön dass du da bist ja ich freue mich auch danke jetzt muss erst mal erzählen du als wissenschaftler beschäftigt sich ja sehr viel mit deinem gehirn was war denn zuerst da das interesse an der funktionsweise unseres gehirns oder das interesse an der wissenschaft an sich also es schwer zu sagen ich glaube wahrscheinlich schon das interesse an der wissenschaft an sich mein vater war auch wissenschaftler und er hat mich schon so als kleinen stöpsel immer mitgenommen ins labor und er hat mich ans mikroskop gesetzt und ich habe mir irgendwelche sachen angeguckt es war für mich ganz normal und ich hatte immer interesse daran es hat mir immer spaß gemacht jetzt würde man ja meinen dass schon sehr viel über die funktionen des gehirns bekannt ist ich weiß immerhin schon mal so viel dass es aus nervenzellen besteht die miteinander verbunden sind aber das ist jetzt wahrscheinlich sehr einfach gedacht oder ist ein guter anfang sagen muss hier sieht man ein paar nervenzellen das ist der sogenannte nervenzellkörper und hier sieht man diese langen stränge das sind die eingänge die heißen den dritten und dann sieht man hier diese ausgänge die sind schwieriger zu sehen aber diese ganz dünnen dinger hier die heißen die axon und daraus besteht eine nervenzelle hier geht das signal rein hier passiert eine verarbeitung und da geht es weiter zur nächsten nervenzelle sagen wir mal zu der hier ich finde das sieht eigentlich relativ geordnet da aus ja stimmt vielleicht aber eine sache habe ich vergessen zu sagen dass in dieser speziellen färbung die heißt golgi färbung nur ungefähr ein hundertstel bis ein tausendstel alle nervenzellen angefärbt sind das heißt also das muss man sich hundert bis tausend mal so dicht vorstellen und dann ist es schon nicht mehr so übersichtlich und ich habe da hier so einen würfel mitgebracht in dem man das veranschaulichen kann also das ist jetzt zehn mal zehn mal zehn zentimeter in wirklichkeit aber es stellt da ein zehntel mal einen zehntel mal einen zehntel millimeter und da haben wir jetzt alles reingepackt was in so einen würfel gehirn gewebe reingehört das in die nervenzellen das sind diese perlen hier blau und gelb dann diese eingänge die den dritten das sind so blaue baumwoll fäden hier dann diese ausgänge diese axone das ist angelschnur da sind vier kilometer drin und dann die verbindungen ganz wichtig zwischen den nervenzellen das sind diese kleinen flitterteilchen da ist eine millionen drin und man sieht das ist alles schon ordentlich dicht gepackt aber der punkt ist das hier hätte im prinzip alles auch noch da rein verdichtet gehört da war kein platz mehr da war kein platz mehr genau und insofern ist es dann noch viel dichter und dann darf man muss man halt wissen von diesen würfeln gibt es 500 millionen in unserer großen rinde und dann ist das alles schon nicht mehr so übersichtlich also wir steigen auf jeden fall gleich mal noch tiefer in unser gehirn ein aber ich glaube vielleicht müssen wir erst mal klären wie funktioniert denn lernen wenn man informationen speichern will muss man irgendwas verändern und das veränderte muss man wieder auslesen können wenn du dir was merkst weil du was aufschreibst bleibt hinter auf dem papier das ist die veränderung die du nachher wieder abrufen kannst und im gehirn ist halt auch so irgendwas muss sich verändern was man nachher wieder abrufen kann und diese dieses irgendwas was sich verändert ist eben an der verbindung zwischen nervenzellen und die heißen synapsen jetzt stelle ich es mir gar nicht so einfach vor zu beobachten was bei unserem gehirn passiert während so ein lernprozess stattfindet weil zum einen ist ja so ein lernprozess ziemlich komplex und zum anderen muss ich ja dafür ins gehirn reinschauen oder nicht da muss man ins gehirn reinschauen absolut und wir benutzen eine technik die heißt zwei photonen mikroskopie die nimmt infrarotes licht um in das gehirn rein zu gucken und dann kann man halt ein paar millimeter tief in das gehirn rein gucken und kann da nervenzellen sehen das sieht man hier ganz schön die haben wir angefärbt so dass sie fluoreszieren diese farbstoffe kann man so wählen dass sie die aktivität von nervenzellen anzeigen das heißt die würden immer stärker fluoreszieren wenn die nervenzelle aktiv ist und weniger stark wenn sie nicht aktiv ist und dann kann man da rein gucken und sieht sozusagen richtig die nervenzellen aufblitzen wenn sie aktiv sind aber wie kannst du jetzt quasi live beobachten welcher lernprozess gerade wo im gehirn stattfindet hier sieht man eine maus die wird hier aus dem käfig genommen kommt dann auf so einen styropor ball den man hier sieht der styropor ball ist auf luft gelagert und die maus läuft auf diesem styropor ball und läuft wie in einem laufsimulator durch diesen bambuswald durch und lernt immer wenn sie in eine ecke geht kriegt sie da zum beispiel einen tropfen zuckerwasser sie lernt also da muss ich hingehen da kriege ich eine belohnung und dann können wir gleichzeitig mit unserem mikroskop was eben über diesem styropor ball ist in das gehirn reingucken und gucken wie die maus während sie navigiert natürlich virtuell navigiert was da passiert und was auch an veränderungen passiert im gehirn wenn sie lernt an der einen ecke gibt es zuckerwasser okay und was passiert bei den mäuse nervenzellen im gehirn was konntest du da entdecken ja hier dieses bild zeigt es schön also das ist jetzt zum beispiel in einem hirnschnitt wo wir wieder die nervenzellen sehen fluoreszierend angefärbt hier sehen wir diese den dritten die ich vorher beschrieben habe und auf den den dritten sehen wir jetzt hier diese den dritten dornen heißen die und wir haben sehen können dass an diesen den dritten dornen die veränderungen passieren von denen ich vorher geredet habe also der der stift auf dem papier sind im nervensystem die den dritten dornen aha okay das ist ja spannend ich glaube hier sehen wir noch mal genau genau passiert hier sieht man gerade wie so ein neuer den britischen dorn entsteht und es war in der tat wirklich mein aha moment weil das eine idee war eine theorie von jemandem donald hepp hieß der der hat es 50 jahre vorher postuliert einfach vorgeschlagen er glaubt so ist es und dann hatten wir uns gesagt okay wir wollen das jetzt wirklich sehen und es gab damals eine neue technik die besagte zwei photonen mikroskopie die war damals ganz neu das musste man alles noch selber basteln konnte man nicht kaufen und wir haben zwei drei jahre gebaut und das ganze experiment gebaut und dann war alles zusammen und haben den schnitt darunter gelegt haben gedacht so jetzt müsst es tun und dann haben wir tatsächlich genau das gesehen und halt zum ersten mal so was hatte noch nie jemand vorher gesehen und haben gedacht aha tatsächlich wir sehen zum ersten mal wie lernen im gehirn funktioniert was ist die basis von lernen im gehirn und das war tatsächlich aha beschreibt gar nicht richtig es war eher ein jubel genau oder noch mehr es war wirklich fantastisch drei jahre arbeit und aber wir haben jetzt das gesehen das hat nie jemand vorher gesehen das war toll ja und schön dass wir das jetzt auch sehen dürfen und du das mit uns teilst jetzt frage ich mich natürlich wenn die dornen wachsen wenn wir was lernen was passiert denn dann wenn wir vergessen bilden sich die dornen dann auch wieder zurück genau die dornen bilden sich zurück allerdings ist es beim lernen so dass spezifisch neue dornen gebildet werden und beim vergessen ist es halt so also es würde dir schwer fallen mich persönlich genau nur das zu vergessen sondern das vergessen ist mehr so ein allgemeiner effekt des allgemeinen dornen abgebaut werden und irgendwann nach ganz langer zeit sind vielleicht so viele abgebaut dass du dich dann auch nicht mehr an mich erinnerst warum vergessen wir denn überhaupt wäre es nicht besser wir könnten uns alles merken ja sollte man vordergründig denken dass es besser ist wenn man alles merkt aber andererseits hat man dann so richtig so ein information overload und es gibt leute die haben das die können einfach irrsinnig gut sich sachen merken und die haben tatsächlich ein problem sich zu entscheiden weil sie so viele sachen wissen und so viele sachen so viele optionen dass es so viele optionen gibt es sie gar nicht so richtig wissen wie sie damit umgehen sollen ja manchmal will man ja auch vergessen also ich denke da jetzt gerade an so traumata da wäre es eigentlich ganz gut wenn man dinge vergessen könnte genau und das ist extrem schwierig genau aus dem grund dass man eben nicht spezifisch vergessen kann und da gibt es leute die möglichkeiten entwickeln eben auch auf basis von dem theoretischen verständnis von lernen was wir dann so langsam eben auch voranbringen wie man spezifisch vergessen kann aber wie vorher schon gesagt es geht halt nicht so leicht aber genau da kann deine forschung ja auch hilfreich sein ganz sicher also diese grundlagen erst mal zu verstehen sind natürlich die basis dessen dass man nachher krankheiten heilen kann meinetwegen in der schule besser lernen kann und insofern denke ich ist es extrem wichtig ganz abgesehen davon mich begeistert es einfach und das merkt man dir auch an dass sich das thema begeistert ich finde es auch unheimlich spannend du hast auf jeden fall geholfen ein großes mysterium zu lüften nämlich was bei uns da oben passiert während wir lernen vielen vielen dank dass du deinen aha moment oder in dem fall dein wuhu moment mit uns geteilt hast ich bin sicher der wird dir noch lange im gedächtnis bleiben und mir auch vielen dank es war super vielen dank und wir sehen uns beim nächsten erhellenden aha moment wieder bis dahin sage ich servus ja